Das vergünstigte Fahren mit Bus und Bahn hat ein Ende. Seit 1. September um Mitternacht ist das sogenannte 9-Euro-Ticket ausgelaufen. Der Aktionsfahrschein galt bundesweit im öffentlichen Nahverkehr und war nach Auskunft des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen ein voller Erfolg. Insgesamt wurden demnach von Juni bis August 2022 52 Millionen der günstigen Nahverkehrstickets verkauft. Nun ist wieder der reguläre Fahrpreis zu zahlen. Es gelten die Tarifbedingungen der Verkehrsverbünde. 10% aller Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket hätten das Auto ersetzt, hieß es vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen weiter. Bezogen auf alle Verkehrsmittel außerhalb des öffentlichen Personennahverkehrs liege der Anteil der Umsteiger auf S-Bahn, Regionalexpress oder Bus bei insgesamt 17%. Bundesverkehrsminister Wissing zeigte sich zuletzt zuversichtlich, dass es eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket geben wird. Zunächst müssten jedoch die Länder sagen, wie viel sie zu zahlen bereit seien. Dann könne man über die Höhe des Preises und den Geltungsbereich reden, erklärte der Minister. Neben dem 9-Euro-Ticket ist auch der sogenannte Tankrabatt ausgelaufen. Mit dem Ende der Entlastungsmaßnahme der Bundesregierung steigen die Steuern auf Benzin wieder um 35 Cent und auf Diesel um 17 Cent pro Liter. Bereits am Morgen des 1. September machte sich das an vielen Tankstellen deutlich bemerkbar.